Rings um die Schweiz war Weltkrieg. Meine Mutter nahm mich mit zum Güterbahnhof, um mein Flüchtlingskind auszusuchen. Die hatten einen Zettel mit einer Nummer um den Hals. Ich wollte einen grossen Bruder, aber wir bekamen ein Mädchen, das ganz anders sprach. Dich, Giovanna. Du bist der Grund, warum ich mich auf diese Reise mache. Um zu sehen, was ich eigentlich nicht sehen will. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Okay, not more. Vor Jahren bin ich von Afrika nach Italien auf einer Fähre gefahren. Für 36,50 Euro, inklusive Sitzplatzreservation. Aber für niemanden hier gibt es einen legalen Weg nach Europa, auch wenn du verfolgt bist. Du musst erst dein Leben riskieren, um ins Paradies zu kommen. Und plötzlich war alles aus. Deine Zeit war abgelaufen. Ich musste wieder zurück, wegen irgend so einem neuen Gesetz. Ich wollte es nicht glauben. Kinder waren verboten. Wir wohnen unter den gleichen Sternen. Aber siehst du, Markus, du bist immer noch auf der anderen Seite. Ich will mich noch mal, Markus, du bist mal dran. Dr. Gleiche Grüße, Giovanna. Untertitelung des ZDF, 2020